Hier vor der Emscher Brücke in Herne gilt seit Jahr und Tag Tempo 50. Im Sommer 2022 war das aber plötzlich nicht mehr so. Dieses Schild war gegen eins mit Tempo 30 ausgetauscht worden. Wann genau das passierte, wissen wohl nur die Täter selbst. Zuerst bemerkt haben es die Anwohner. Überrascht war ich schon ganz schön, weil ich ja tagtäglich hier fahre. Und dann steht auf einmal das 30er Schild und ich wüsste nicht warum. Aber die Frage nach dem Warum hat offenbar niemand wirklich gestellt. Auch die Polizei nicht. Im Gegenteil. Die Beamten nahmen das Schild ernst und stellten sogar Blitze auf. Die standen hier vorne in der Heimfahrt und haben dann geknipst. Und da habe ich mich danach gerichtet und bin nur 30 gefahren. Mehr als 100 Autofahrer sind hier geblitzt worden und haben ein Knallchen erhalten. Aber nur einer hat Widerspruch eingelegt. Jörg Hochstraat erwischt mit 64 Stundenkilometern. Dafür bekam er ein Bußgeld von 326 Euro, einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte. Das konnte er kaum glauben. So eine breit ausgebaute Landstraße hätte man eigentlich nie mit einer 30er Zone rechnen müssen. Und die war ja auch falsch. Die war verkehrt gewesen. Ja, richtig. Aber das wusste der Mann zum Zeitpunkt seines Widerspruchs noch nicht. Dass mit einem Bußgeldverfahren wegen zu schnellen Fahrens irgendwas nicht stimmt, kommt immer wieder mal vor. Da sind feste Blitzanlagen falsch eingestellt oder die Beschilderung fehlt. RTL West hat über die Jahre mehrfach über solche Fälle berichtet. Aber mit der Einsicht der Behörden, wenn sowas rauskommt, steht es fast immer schlecht. Wir müssen insgesamt feststellen, dass bei solchen Pannen, die ja immer wieder passieren, die Städte nicht freiwillig zurückzahlen, sondern sich eben auf Rechtskraft berufen. Und das ist meines Erachtens absolut nicht in Ordnung. Genau das tut die Stadtherne jetzt aber auch im Fall des illegalen 30er-Schildes. Wer brav gezahlt und nicht widersprochen hat, soll sein unrechtmäßiges Bußgeld tatsächlich nicht zurückbekommen. Dabei konnte ja gar kein Betroffener überhaupt was wissen von dem falschen Schild. Jede Person, die ein Bußgeldbescheid bekommen hat, kann dagegen vorgehen. So ist die Rechtslage. Wenn dieses Verfahren dann aber abgeschlossen ist, dann hat dieser Akt auch Rechtskraft. Persönlich kann ich aber durchaus nachvollziehen, dass dort Personen nun darüber enttäuscht sind, dass dort keine Einspruchsmöglichkeiten mehr bestehen. Ich halte das für haarsträubend hier, die Einstellung der Stadt. Die Stadt ist aufgefordert, hier von sich aus tätig zu werden, nämlich alle Bußgeldbescheide zurückzunehmen, Fahrverbote eben aufzuheben und vor allen Dingen den Betroffenen das Geld zurückzuzahlen. Stand jetzt wird aber nur Klägerhochstratzern Geld zurückgehalten, weil er rechtzeitig widersprochen hatte. Ich bin kein Rechtsanwalt. Zum rechtlichen Sachen kann ich eigentlich so nichts sagen. Aber vom Rechtsgefühl, was ich habe, ist das für mich Betrug. Jetzt, nach Bekanntwerden des Sieges von der Hochstadt vor Gericht, werden wohl auch andere Betroffene gegen ihren Bußgeldbescheid klagen wollen. Rechtskraft hin oder her, immerhin geht's für fünf von ihnen auch um ein Fahrverbot.